blau plus gelb plus weiß весь холст натереть когда натрется весь холст возьмешь тряпку перераспределить и в перераспределённую краску возьмешь голубой которые тоже чтобы цвет был плотный чтобы краски было немного но цвет был плотный 1 медленно-медленно перешел в другой этим плотным плотным айна фарбе ганс на самом деле андер и беги я хорошо Das ist gerade, aber dann muss man wieder. Vorbereitest du Platz? Du kannst sofort dort бросieren. Und du gibst einfach diesen Akzent mit weißer Farbe, damit wir einfach ein Fleck bekommen. Ein bisschen braun, gelb und blau. Das wird so eine Match-Farbe. Aus der Vase растut Stäbli. Du siehst, die Blätter kommen raus. Красив aus der Vase. Ist schon geworden. Das lassen wir so zusammen. Wenn du unterwegs bist, machst du wirklich irgendwelche Schöne Momente, merkst du. Dann lassen. Das sollst du lassen. Und Finger wechseln. Nichts verbessern. Noch besser. Wenn du mit diesem Unscharfes Fleck schon bist, bist du fertig mit diesem Unscharfes Fleck. Dann geben wir die Flecken. Aber auch Unscharfes. Aber auch Unscharfes. Und in diesen Unscharfes Flecken werden wir die Blumen eindeuten. Ja. Schritt nach dem Schritt. Es ist unscharf. Und dann kann man... Einfach unscharf, aber wenn irgendwelche Schöne Momente du mögst, so lassen und die Blumen nachher einfach andeuten mit dem Spachtel. Du sollst nicht Kopie machen, wenn du merkst, dass das wirklich Schöne Momente da ist. Das lässt du sein. Blaue Farbe. Einfaches Fleck. Es ist Ultramarine und es ist blau. Das ist dunkelblau. Und es ist Ultramarine. Es ist die andere. Mit etwas braun. Mit etwas gelb. Damit man sieht, dass das grün ist. Und etwas dunklerer machen. So machen die dunkleren Stellen. So machen die Akzenten. Aber du machst es so, dass diese Akzente zusammen mit einem anderen verbinden. Die sind verbinden. Nicht so, dass hier ein Pferd, dann hier, dann hier, dann hier. Nicht das Tafleck, Tafleck oder Tafleck. Die sollen verbunden werden. Wir sollen das lesen, dass das ein Pferd, wir sehen ein Pferd. Ein Pferd. Nachher, also, werden hier. noch ein bisschen rot in der mitte machen noch krasna watem nie peri borsche aber nicht übertreiben mit roter farbe das muss kompakt zu kompakt sein nicht auf die seite werfen diese roten wie sie sich die strecke proben das ist nicht sicher sie können nach unten schauen aber nicht so groß mit solchen kratzen более активно более смело теперь когда это все сделаешь еще какие-то там и мягкие 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 и в дальнейшем тоже не не затрудняются очень много работал а ся кук как с то ausgавший сможет быть чутки там раздобавить цвета раздобавить noch geben опас am anfang gibt der allgemeine form ja ich habe schon eine Form in seinem Kopf und nachher er korrigiert und dann schieße ich, wo die schönheit ist, wo die schönheit ist. Ich habe einfach eine Form in seinem Kopf. Die Farbe von Mannschaft geht nicht so ab, wie ich das möchte. Aber es ist nicht so gut mit Mastikhin. Es ist so gut. 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 Aber das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut nicht. Die Hauptsache ist nicht, dass das jetzt nicht klappt. Die Hauptsache ist nicht, dass es jetzt nicht klappt. Die Hauptsache ist verbessert. Wenn es so schön ist. Wenn es eine Möglichkeit ist, die Schönheit zu gewinnen. Es ist schon da. Du hast es schon geschafft. Die Schönheit. Und wenn das wirklich dir gefällt und du wirst das noch verbessern, du wirst auch verbessern. Wenn diese technische Möglichkeit nicht da ist, dann wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir schon haben. Wir sind nicht mehr von dem, was wir schon mal angekommen. Wenn man nicht technischen Möglichkeiten fühlt man, dann du dich daran beeindruckt. Wenn der technisch ist, dann kann man nicht technisch funktionieren. Wie funktioniert das? Und wie funktioniert das? Wenn du mit diesen Mastichinen-mastichinen-mastichinen-mastichinen wirst, dann geht es nicht so, wie er es mit dem kreuen. Wenn du eine Blume malen Zeichen würdest, dann probierst wird die Blume nach oben schauen. Du solltest versuchen diese Tasse von Blumen. Nun kann es dasmal aus, sondern dasmal aus der anderen. Du solltest es maximal en die Blume nach oben schauen. nachher du kannst es versuchen genau form verändern wollte so gut wie gut proben proben ja Am Anfang muss das nicht klappen, aber immer die Übung macht der Meister. Die Blumen kommen zu dir. Hier kann man es auch nicht reißen. Das muss man auch nicht reißen oder vermischen. Das ist okay, das konkretisiert mit diesem Kontrast die Blumen. Jetzt versuchst du selber machen. Das ist der Hintergrund. Die Farben sind gleiche, die von der Flüge und der Flüge? Ja? Ich werde ihn noch mehr intensiv aktiv machen, noch mehr, noch mehr, mehr bunter. Also nicht nur mehr bunter, sondern auch mehr bunter. Ja, ich werde nicht nur mit diesen Blumenstrauss diese Farbe berühren, sogar ganze Leinwand noch drum herum gehen, auf ganze Leinwand. Aber das, was du auch gemacht hast, sieht auch nicht schlecht aus und hat Sinn. Aber es ist kompletter Darm, wenn er da rundherum das mit dem Spachtel macht, weil das dann ammuniert besser. Das, was du machst jetzt mit dem Strukturen machst, sagt Jutta, ist besser harmonisch. Jetzt ist es um das, was Jutta gesagt hat, um etwas zu spüren. Weil wir hier ein bisschen dunkle Farbe gegeben haben, vielleicht ein bisschen drückende Moment, hat es dann Sinn, diese Blume schon breiter machen, einfach mehr Blätter geben oder mehr Grün geben, einfach größer machen. Wenn er bis dahin aussehen wird, wie ein Igel, so klein. Und so bekommt er diese Breite. Wenn der Hintergrund jetzt spielt, wie Musik, so gesagt, spielt verschiedene Töne. Dann ist das nicht gefährlich, das Verbreiten, diese Strauß oder Blumenstrauß. Ja, das klingt wie Musik. Diese Art, so gesagt, zusammenziehen mit schwarzen Farben, mit dunklen Farben. Er hat viele dunkle Farben benutzt. Er hat sehr gut, ja, sofort gesehen, diese linealen Zeichen. Jutta, du bist gut, was soll ich noch sagen? Jutta nicht. Jutta, du bist gut, was soll ich noch sagen? Ja. Jutta, du bist gut. Jutta, du bist gut. Jutta, du bist gut. Jutta, du bist gut.